hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von palia ja eigentlich hätte ich heute nacht so einige am stück aufnehmen wollen aber leider ist nach der ersten folge der server komplett gekrascht 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 aber ja das lag wahrscheinlich an mir nehme ich mal an der server hat einfach nicht ausgehalten dass ich drauf war so kleiner scherz nur am rande also wir müssen weitermachen leave your housing plot das heißt denke ich mir mal so viel wie dass wir hier aus der umgebung rausgehen sollen und wir sind gerade gekrascht okay also das war dann wohl die freundliche aufforderung des spiels dass ich nicht mehr weiter spielen soll oder wie verstehe ich das jetzt hier ja und ich stehe wieder da wo ich vorher auch stand die frage ist jetzt crash ich jetzt wieder wenn ich jetzt hier aus meiner umgebung rausgehe ich mein housing plot hört sich nicht so an als ob die jetzt unbedingt meinen was ich jetzt meine ich weiß jetzt nur nicht was die genau meinen ob die meiner sich rausgehen soll oder nicht wenn ich escape drücke dann komme ich nur auf die optionen steuerung damit kann ich so damit konnte ich glaube ich was bewegen damit konnte ich was umstellen meine ich was ist das zweite was wir jetzt hier drin haben das kann ich mir gar nicht richtig ansehen so gegrillter peter wieso gegrillter pilz woher ich den jetzt wieder her bei dem lagerfeuer gegrillt okay heißt das dass wir damit irgendetwas machen können wir haben gegrillte pilz und wir haben normale pilze ich würde jetzt mal einfach sagen okay mit rechtsklick hat sich oben auf jeden fall die leiste jetzt ein bisschen aufgefüllt fokus balken fokus erhöht deine gewonnene erfahrung ganz gleich aus welcher quelle und regeneriert sich wenn du isst aha also ich muss was essen um mehr erfahrung zu kriegen oder wie verstehe ich das jetzt hier das ist nicht schlecht bin ich jetzt eigentlich drin ach so ich bin ja noch bei diesen steuerungen drin gewesen h ist was ist jetzt los gegenstände ich kann eine windmühle aufbauen also das ganze wird dann unser bereich werden oder was das wäre natürlich heftigst geil also hiermit habe ich schon gerechnet aber hier wirklich alles drumherum baulimit 0 von 5 das ist wirklich krass sieht ja mal richtig geil aus das ist eher klein ja dann lassen wir das sein richtig richtig geil okay ich versuche noch mal mein glück ob ich jetzt durch den ausgang komme bitte drückt mir die daumen und wieder verbindung nicht möglich also irgendwas scheint heute überhaupt nicht zu funktionieren bei dem server ja es tut mir wirklich leid aber dann können wir nicht weitermachen ich werde das trotzdem drin lassen und mit in die folge einbauen damit man hat sieht ja wo es probleme gibt aktuell und ja ich hoffe dass ich dann noch mal eine neue folge starten kann wo ich denn tatsächlich spielen kann ja und da sind wir wieder ach so von der seite stehe ich jetzt hier ich werde noch mal einen neuen versuch wagen es ist jetzt ein paar stunden später in der hoffnung dass wir diesmal hier rauskommen wünscht mir glück ja und es ist leider immer noch nicht möglich also es ist jetzt knapp ein halber tag vergangen you weren't accepted into the server ich weiß nicht was die jetzt genau damit meinen aber sobald man aus dem haus raus geht ist halt die verbindung zum server unterbrochen und ja auf twitter ich will nicht sagen gibt es ein shitstorm aber da sind unheimlich viele leute die das gleiche probleme haben und ja ich weiß halt leider nicht man es weiter geht eine sache kann ich euch allerdings noch sagen für alle die dies noch nicht wissen ich hatte irgendwo was gesehen dass es so wie es aussieht wohl auch bald unter controller unterstützung geben wird da freue ich mich sehr drüber ich weiß nicht ob ich damit ein controller spiele kommt ein bisschen darauf an aber ich bin ja doch eher mittlerweile jemand der lieber mit dem controller spielt auch am pc und bei mir in den kommentaren hat auch einer reingeschrieben dass es später auch noch eine möglichkeit geben soll dass man seine kleidung wechseln kann das heißt das ist auf jeden fall auch schon mal sehr sehr positiv ich meine vom spiel her bisher wir haben ja noch nicht allzu viel gesehen bin ich auf jeden fall noch sehr gehypt ja ich kann halt nur wie gesagt leider nichts machen wenn ich nicht aus meinem haus rauskomme das tut mir wirklich leid ja ihr lieben ihr seht ich habe es endlich geschafft ich bin endlich herausgekommen und ich laufe jetzt ganz schnell weiter damit ich damit nicht noch mal irgendwas passiert also ich musste zwei tage lang warten muss ich überhaupt hin ich musste zwei tage lang warten bis ich endlich aus meinen lockdown bei mir im haus rausgekommen bin ich bin jetzt so aufgeregt dass ich gerade überhaupt gar nicht weiß was jetzt hier vor sich geht oder nicht vor sich geht ich weiß gar nicht wo ich gerade bin eine mini map wäre natürlich sehr sehr schön ja jetzt bin ich rückwärts gelaufen und zurück und dann auf die rechte seite also da muss ich irgendwo hin ach so ja das steht ja auch hier oben frage ist jetzt hier ist ein ziel müssen wir alles mal so ein bisschen hintereinander machen oder ich weiß gerade gar nicht wo ich bin weil ich war gerade eigentlich noch in disney habe noch mal schönen charakter gelevelt damit ich damit dann auch aufnehmen kann habe gedacht naja probierst du noch mal bei palia reinzuschauen wird sowieso nichts werden weil zwei tage lang reingeschaut wirklich zu allen möglichen uhrzeiten also das späteste war zwei uhr nachts und das früheste war halt so gegen 8 uhr morgens und ich muss sagen ich bin nirgendwo reingekommen und ich bin jetzt mega begeistert dass ich endlich endlich weiter aufnehmen kann hey gameplayerin schön dich wiederzusehen hast du dich schon eingelebt ich hoffe es war es wert mir für dieses ding den rücken zu verrenken das ist doch nicht erde ich habe etwas gefunden das dich interessieren könnte wirklich was denn oh wow das ist unglaublich das ist wirklich eine uralte strömungsbatterie das waren die energiequellen für die alten menschen ich habe schon überall nach so etwas gesucht und du sagst du hast sie in einen haufen müll gefunden ja ich hatte wohl einfach etwas glück schicksal würde ich jetzt auch sagen aber ich hatte wohl einfach etwas glück na heute ist definitiv mein glückstag es könnte ein bisschen dauern bis ich herausfinde was das ist ich werde ihnen einen brief schicken sobald ich etwas weiß wieso tut sie mich erst und dann sieht sie mich hallo chat mit gina kennst du die schwester der bibliothekarin eluisa ihre theorien unterhaltsam sagen wir mal so ich kann nicht behaupten dass sie wissenschaftlich fundiert werden aber ich war noch nie jemand der über die ansichten anderer urteilt okay kann man hier noch irgendwas machen das ist das nee das ist nur eine karteikarte okay wer glaubt denn hier meinen namen das habe ich gesehen wo müssen wir denn jetzt in moment das ist 93 das ist anscheinend noch was weiter weg dann gehen wir erst mal hier vorne hin wie gesagt es tut mir wirklich leid auch wenn sich bei mir gerade die stimme überschlägt oder sonst was aber ich habe jetzt zwei tage lang kam ich nicht rein und ich wollte natürlich für euch auch nicht nur diesen einzelnen einblick am anfang bringen sondern ich wollte euch einen guten einblick bringen wie es hier mal im dorf aussieht was man machen kann wie die quest anfängt ja und es hat mich doch sehr 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 geärgert dass ich nicht weitermachen konnte mit der aufnahme ich kann es wirklich nur wiederholen also ich bin gerade eigentlich muss ich dringend auf toilette muss ich gestehen um mir ist wahnsinnig kalt ich müsste mir was überziehen aber wenn ich jetzt hier weg gehe dann werde ich wahrscheinlich wieder rausgeworfen deswegen nein ich weiß dass es schwierig ist sich an einem neuen ort etwas aufzubauen da hast du wirklich großartige arbeit geleistet ich dachte ich helfe dir ich habe ein paar anleitungen zu verkaufen die dir dein leben etwas erleichtern könnten wahrscheinlich wirst du dir als erstes ein sägewerk zulegen wollen um aus den holz bretter zu machen irgendwas mit schneiden wollte mir gerade noch sagen aber dann halt nicht ich habe gar kein geld das ist schön und jetzt leute wo kriege ich den geld er gut theoretisch könnte ich das holz verkaufen oder so das kann man nicht ganz lesen herstellungsanleitung gegenstände ach so ok die kann ich damit irgendwas anderem kaufen skill medaillen can be earned after skill level 10 from leveling up and complete ach so ab level 10 jedes mal wenn man levelt kriegt man hier wahrscheinlich pro level dann ein so eine medaille und man kann höchstens entweder 2000 bekommen oder 2000 tragen ich bin mir jetzt nicht sicher steht nicht so richtig drin steht nur das cap liegt halt bei 2000 und ja wahrscheinlich tragen weil hier steht das cap von dem gold also von dem geld liegt bei 300 tausend ok das sollte ich dann auch im auge behalten schneiden sie sich nicht die finger ab ja was soll ich sagen ich kann ja nichts kaufen talk to badru to learn how to garden und rief also eigentlich bin ich jetzt sozusagen bei den falschen so immer schauen steht leider nicht drin wer das jetzt ist sind die weit weg moment au nie badru das sind die hier kann man wegpunkt setzen ja badru ist auf jeden fall okay ist in der richtung gut dann laufen erst mal dahin ist noch ein bisschen kompliziert ich weiß auch nicht es gibt glaube ich keine schnell reisepunkte oder das stehen im namen family farm du bist hier markierung fest ziel du 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 ne also anscheinend kann man da nicht schnell hinreisen schade weil je größer die welt ist umso wichtiger werden natürlich schnell reisepunkte so schauen wir mal kann ich hier abkürzen durch kann abkürzen hier ist auch eine schöne fahren ach ich glaube hier drauf sind die oder 190 gut aus irgendwo da drin wird das sein ich denke der ist da drin was seid ihr denn für viecher allöchen kann ich von euch ein bild machen moment mit f nee mit k genau ich liebe spiele wo man screenshots machen kann you need the key wollte mich jetzt veräppeln ich soll doch zu dem hin ach der ist am schlafen och nee das ist doch jetzt verarsche oder kommt leute ich bin hier am helllichten tag und ihr seid am schlafen der hat anscheinend da oben das häuschen oder du bist hier toll du hast deinen gürtel und deine rauchbomben richtig ich weiß gar nicht ob ich die dabei habe ehrlich gesagt bevor wir anfangen musst du den insektenfinder schwor ablegen sprich mir einfach nach ich verspreche die natur und ihre wesen zu ehren anderen stets zu helfen und was am wichtigsten ist auch nie bescheid zu geben wenn ich etwas richtig cooles sehe versprochen ausgezeichnet willkommen bei den insektenfindern wie wärs wenn du für den anfang versuchst etwas einfaches zu fangen denken sie aber daran dass bestimmte wanzen nur zu bestimmten zeiten auftreten warum werde ich immer gesiezt man ok meine familie betreibt den bauernhof weiter die straße entlang wir züchten das größte gemüse kann man eigentlich auch ah ja man kann auch die space das zu drücken weil das ist einfacher als immer da unten drauf zu drücken meine mama hat bei dem fest ungefähr eine million mal in folge die blaue schleife gewonnen ok kollekt gemeiner blaufalter wie soll ich das denn machen so stehe einfach hinlaufen und dann die einfangen oder was klima steht aber nicht genau wo ich hin muss um das zu machen er hat von seiner mutter was hat er jetzt gesagt die straße und ich habe schon wieder nicht richtig ich bin hier so begeistert davon dass ich jetzt endlich weiter machen kann dass ich hier komplett komplett alles verhaue gerade für so eine des folgenden aus gemeine nachtmitte oder gemeiner blaufalter habe ich denn irgendwas gelernt oder sowas nie oder dass ich mir was herstellen kann moment halt das sind die rauchbomben ne für den wanzen fangen ok ok nein doch mit dir wollte ich doch gar nicht sprechen das war auch er und nicht f betäuben von insekten ach so dafür brauchen wir dann die bomben press und holt linke maustaste das to start aiming akust practice good timing ich und gut timing also wenn alles gut geht hat die rauchbombe das insect getroffen und wir können es einfach aufheben ok und je schwierig je rarer die insekten werden umso schwieriger kann man die halt fangen also umso schneller entkommen die betäuben von insekten statt dass jetzt wieder auf deutsch steigert deine fähigkeiten um neue arten von rauchbomben und stärkere gürtel freizustalten die die chance erhöhen einen sekt zu betäuben ok kann man eigentlich diesen namen hier von den anderen spielern ausschalten das ist doch sehr lästig hier irgendwie wenn die immer da durchlaufen und dann kommt so riesen name klatscht sich dann da rein den würde ich gerne fangen aber da ist ja kein insekt überall sind die viecher hier aber nirgendwo ist ein insekt so nicht normal gibt mir einen sekt normalerweise am wasser oder so müssten die doch sein was ist denn das da hinten das ist doch eines oder nee das ist eine fledermaus oder sowas oh nee das ist ein riesen motto ich habe eine klimamotte ich habe eine klimamotte stand da wirklich klimamotte oder habe ich mich jetzt verlesen darum war es weil klimamotte ist irgendwie seltsaber name vielleicht sorgen die ja dafür dass das klimamoment so komisch ist und wir in dem in dem heißesten sommer wo ist der typ jetzt sind in dem heißesten sommer aller zeiten deshalb der ist jetzt nicht wirklich am schlafen wie soll meine bitte die quests beenden wenn man die noch nicht mal abgeben kann ach leute ganz ehrlich wir haben am helllichten tag die können doch nicht alle pennen hier jetzt habe ich hier niemanden mit dem ich überhaupt reden kann oder was ich kann aber jetzt nur um diese uhrzeit auf den server weil sonst crasht ja hier wieder alles bzw sonst kommen wir wahrscheinlich wieder nicht mehr raus ich habe auch wirklich sehr große panik zu mir wieder ins haus zurück zu gehen die schlafen alle die haben alle keine also jeder der eine quest hat ist jetzt am schlafen das ist ja richtig geil ich kann euch heute wirklich viel zeigen in dieser folge oh das ist nicht euer ernst was ist das denn hier to bari bay bahari ach was auch immer ich mache das erstmal wieder rein ach nee ich kann es ja nicht weg machen ja ja das war die sache ich komme ja nicht mehr raus ähm da hinten jetzt weiß ich natürlich nicht das müsste doch eigentlich der eingang äh zu unserer farm sein oder nicht der hat schon pfeil und bogen interessant dafür dass die meisten leute ja gar nicht auf den server rauf kamen ja ist aber wirklich blöd gemacht also das mit den schlafzeiten ich meine wir haben jetzt helllichten tag und die pennen ja alle das ist das ist wirklich doof und ich meine mit alle wirklich alle also alle wo man jetzt irgendeine quest machen könnte oder sowas sind jetzt nicht verfügbar 500 meter was ist das für ein links rechts links okay hei 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 können uns hier zwar gerne nebenbei noch mal so ein bisschen umschauen es ist auch schade dass wir den ganzen weg immer laufen müssen viel cooler wäre das natürlich wenn wir aber vielleicht kommt das noch man weiß es ja nicht viel cooler wäre das wenn wir jetzt irgendwie weiß ich nicht irgendwas hätten womit wir halt schneller vorankommen würden also porten wäre natürlich immer das beste was bist du denn bitte hallo ja aber sonst geht es euch noch gut kein thema jetzt habe ich mich so erschrocken ich weiß nicht mehr wo ich rum muss ei 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 okay chinesische schriftzeichen oder war das sumerisch das sah so beim vorbeilaufen auch ein bisschen sumerisch aus oh was haben wir denn da da haben wir schon wieder einen pilz der schmeckt doch gleich viel besser wenn er aus der offenen welt kommt oder man weiß es nicht man weiß es nicht damit soll man ja eigentlich mehr xp bekommen so wie ich es verstanden habe aber warum sollte ich mir das antun ja das ist die range ja genau wie ich gedacht hatte ne to housing plot moment das ist doch kein range okay das ist ein ganz neuer ort wo ebenfalls alle leute schlafen ja da freut man sich doch tamala ich weiß nicht wer tamala ist das sind wahrscheinlich npcs hier ja also zumindest durften wir mal einen neuen ort kennenlernen auch wenn da genauso viele leute schlafen wie bei uns schauen wir doch mal wie das hier aussieht es sieht sehr düster aus sehr bewölkt ja und das ist halt echt ein komisches gefühl mitten am tag durch so eine schlafende welt des nachts rum zu laufen also das ist echt gar nicht gut gemacht ähm halt hold down to set the distance of your cars when the circle reaches the target please links allow the fish on the line before setting the hook wait for a big bite wie sehe ich das dann dass der einen großen biss gemacht hat sozusagen wenn ihr es also immer wieder links drücken auf jeden fall move left and right to aim links und rechts also die maus links und rechts bewegen when the fish is outside turns red and can damage your line okay ja das ist der versuch zu entkommen ist klar schon wiederholt achso okay ich habe jetzt nichts verstanden aber wir probieren es mal gibt es hier überhaupt Fische drin oh nein das wollte ich nicht achso der zieht automatisch rein okay und wir sollen dann immer so ein bisschen links rechts wir sollen den da rein ziehen denke ich mal ja 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 okay wir sollen den wahrscheinlich da rein ziehen in dieses okay also es wäre doof wenn ich das zu weit nach außen machen würde nehme ich mal an na komm da hinten würde ich jetzt ja wohl eher einen Fisch kriegen als direkt hier vorne so und jetzt muss ich ihn dahin ziehen wo er nicht hin möchte ja also ich habe die maus komplett nach links gehalten und immer wieder so nach links gedrückt ich habe sogar mal A gedrückt vorsichtshalber noch zusätzlich aber er ging nicht dahin also ich habe keine ahnung wie man das machen soll oder man muss sich wirklich so in die richtung drehen oder so aber das kann ich mir nicht vorstellen es wird doch kompliziert mit dem angeln das ist nicht so schön und einfach wie bei so ziemlich jeden anderen spiel gemacht aber ich gebe nicht auf ich werde das noch rauskriegen wie man das machen kann der anfang ist klar man wartet erstmal meistens so zwei mal zucken die und dann ja ja und dann halte ich halt nach links achso nein ich muss das ding bewegen wir probieren es nochmal wenn man es einmal raus hat wird es wahrscheinlich einfacher sein aber bis man es raus hat also ich glaube ich muss tatsächlich das diese anzeige bewegen und nicht den Fisch selber normalerweise ist es ja logisch man bewegt die Angel zu irgendeinem Punkt hin in dem Fall ist es aber umgekehrt ja ja nein ja wir haben unseren ersten Fisch gefangen oh mein Gott es ist nicht ganz so schwierig wie ich mir das jetzt vorgestellt hatte nach dem ersten Versuch aber es ist auch nicht einfach der hat einen Wert von 23 Gold ok schauen wir mal hier ja das war so klar das Holz hat überhaupt gar keinen Wert quasi die ganzen anderen Materialien auch nicht Butter ich habe keine Ahnung wo ich die Butter eigentlich hier habe sie können nicht glauben dass es wirklich Butter ist nun nichts ist besser hat einen Wert von 40 Gold Mineralien haben auch nicht wirklich viel Wert zur Not könnte man die die Morcheln sehr beliebt roh oder gekocht achso gekocht ich habe irgendwas mit Fisch habe ich jetzt gerade gelesen ich weiß auch nicht warum wieso habe ich eigentlich äh achso plus Fokuspunkte ne 5 Fokuspunkte 7 Fokuspunkte Bergmeuchel Bergmeuchel keine Ahnung wo da jetzt die Unterscheidung stattfindet aber naja aber die Fische könnten uns schon mal ein bisschen Geld bringen das wäre auf jeden Fall ganz cool ich würde sagen ich angele jetzt hier nochmal ein bisschen dass wir so ein paar Fische haben dass wir so 100 oder was ich glaube 100 hat das gekostet ähm also dass wir die verkaufen können und 100 Geld machen können und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu wenn ich das verkaufe und schau mal ob wir äh ein Sägewerk war es glaube ich bei dem einen Typen holen können bis gleich so gedrückt halten sobald der Fisch da ist versuchen mit zu swingen sozusagen und schon ist der Fisch drin was das mit dem Ansehen auf sich hat weiß ich noch nicht so genau ob das nur fürs Angeln gilt oder generell aber wir dürften jetzt auf jeden Fall genug Fisch haben 115 ja uuuhh knorriger Koi ok der ist sogar 50 wert und hier haben wir nochmal 69 für die Glückskois ich habe übrigens ja auch einen durchnässten Stiefel gefangen ja das sollte auf jeden Fall genug sein äh ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit hier mit dem Ding rumlaufen ähm ja jetzt müssen wir was ist denn das da oben eigentlich ist das ein Fischhändler oder sowas das ist ein Privathaus oder naja naja das sieht mir eher nach einem Privathaus aus ok dann schauen wir mal eben nach wir sind ja jetzt auf der anderen Karte mittlerweile wird es auch hier endlich mal heller den kennen wir doch hier ne aber mit dem können wir wahrscheinlich auch nicht reden ach wir waren in einem Haus von einem NPC ja der allerdings immer noch am schlafen ist ich verstehe das nicht wir haben gleich 11 Uhr ja und trotzdem pennen die alle also ich weiß es nicht ich meine bei uns stehen die Menschen ja auch nicht so besonders früh auf immer aber ich sag mal die meisten äh ja die schlafen nicht so lange auch wenn sie lange schlafen oh ich hatte gerade schon mega Panik weil das so lange gedauert hat oh er ist wach er ist wieder wach oh bis ich da bin schläft er wahrscheinlich wieder aber wir versuchen es trotzdem ähm und hier ist sogar noch eine andere Quest die wir annehmen können das ist natürlich klasse ich weiß nicht vielleicht müsste man jetzt mal beobachten ich bin ja jetzt auch das erste Mal in der Stadt unterwegs weil ich ja die ganze Zeit ne hier Lockdown zwangsweise bekommen habe vom Spiel weil ich nicht aus dem Haus raus kam aber es kann natürlich sein dass es mehrere Tag und Nacht äh ja Zeiten hier drin gibt wobei ich das halt nicht kenne von MMOs oder jetzt generell von Spielen wo ist der Typ jetzt? Moment achso dahinter quasi ähm ich kenne es halt wirklich nur so dass man ganz normal mal morgens ungefähr wenn es dann eben hier in Deutschland auch äh hell wird dass das Spiel dann auch heller wird und ja dass es halt dunkler wird wenn es eigentlich dunkel sein sollte da ist er äh oh hey ich habe ein paar Insekten gefangen gute Arbeit ich wünschte ich hätte eine Art Belohnung für dich Geld wäre ganz schön äh wie wäre es damit Mama hat mir ein zu großes Pausenbrot eingepackt und ich konnte nicht aufessen hm das ist nicht gerade eine tolle Belohnung oder äh ja ich schlage vor du siehst später in deiner Post nach das Einmaleins des Insektenfangens haben wir abgeschlossen aber die wahre Belohnung ist der Spaß den du beim Fangen von Käfern hattest richtig? ja ja ok so wir können da dann auch als nächstes hingehen ich würde allerdings mal sagen bevor wir jetzt hier nochmal so viele Leute rumlaufen ich würde aber mal sagen dass wir hier einen kleinen Cut machen sonst wird die Folge nämlich zu lange und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen bis dann Ciao vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren einen dann